Starten, so. Komm her, hier, zack. Dich brauche ich, dich rufe ich. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Sückerling, Lightning Rounds. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Was? Ach, du Kacke. Euer Scheiß, Ernst, Kinders? Vergessene Nahkampfwaffe zu machen. Risk it. Irgendwas, komm her. Irgendwas am Arsch. Gib mir eine... Du wirst mich verarschen. Das ist ein scheiß Scherz. Das ist eine schöne, direkt neben dem Fass. Schon zwei beschissene Steine. Komm, da machen wir noch eine Axt drauf. hast du mitgekriegt. Was? Okay. Fünf. Entschuldige. Das Ding ist, ich brauche unbedingt eine Body Armor. Sonst macht man das hier nicht lange. Ja, das wird so eine schnelle Runde. Das Explosive wäre natürlich nett gewesen. Aber das Explos... Warte mal. Wir sind doch neben einem fast gespawnt. Komm her. Vielleicht finden wir ja eine Nahkampfwaffe. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Wo haben wir es? Da. Also, ich möchte jetzt die rote Kiste aufmachen, ja? Neben mir. Ja. Sie rennt genau auf mich zu. Eine Impact. Warum nicht? Wo bist du? Wo bist du? Jetzt haben wir mal Feierabend hier. Verkaufen kann ich sowieso nicht mehr. Total bescheuert. Komm zurück. Fände ich sie da. Da drüben. Ist nicht total bescheuert, wenn ich nur ein halbes Magazin auflade? Ich glaube, sie war in der Mitte. Da. Denn es gibt keine doppelten Magazine mehr. Oh, da wird kein Ballatsch. Oh, da wird kein Ballatsch. Da kann ich es sehen. Halt nochmal weg. Oh. Ich guck mal. Nöo. Jetzt kommt die Leut Pinata. Guck in die Center Arena und g wastewater. Und geblatet das in der Leutmachen. Und dann kommt die Leutart. Blut Pinata! Dass ich ihn nicht sehen kann. Nein! Victory, meine lieben Freunde. So muss das aussehen. Drei Kills. Der erste war richtig nice, oder? Der war richtig nice mit dem Fass. Und der kam nicht weg. Dammit. Teilaktion. So, meine lieben Freunde. Das war wieder eine Runde des Lightning. Der zweite, der war einfach nur verwirrt. Der wusste nicht, wo es herkam. War das der, der noch Schuss in seinem Magazin hatte? Der wusste gar nicht, wo es herkam. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr auf Rifle spielen. Das war ganz schön geil gerade. Gut, meine lieben Freunde. Naja, gut. Jetzt hat da keiner ein Bombsuit oder sowas. Deswegen war das eine sehr schnelle Runde. Hoffe, es hat euch gefallen. Das war wieder eine Runde des Lightning. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.